Der neue S-Bus ist auf Wunsch mit dem Easy-Park-Assistenten ausgestattet. Diese Funktion wird per Schaltfläche auf dem Multifunktionsbildschirm eingeschaltet. Die Schaltfläche leuchtet auf und das Multifunktionsdisplay wird eingeschaltet. Sie wählen im Menü die Einparkrichtung, Quer, Längs oder Schräg und bestätigen das gewünschte Manöver. Danach betätigen Sie den Blinker auf der gewünschten Seite. Solange das Fahrzeug langsamer als ca. 30 kmh ist, erfassen und erkennen die Ultraschallsensoren des Systems freie Parkmöglichkeiten. Wird ein geeigneter Parkplatz gefunden, so wird ein P im Multifunktionsdisplay angezeigt. Es ist anzuhalten, sobald die Meldung Stop angezeigt und ein akustisches Signal ausgegeben wird. Jetzt wird das Einparkmanöver an das Fahrzeug delegiert und der Fahrer braucht nicht mehr zu lenken. Allerdings muss er den entsprechenden Gang wählen, sowie Fahrpedal und Bremse bedienen und natürlich den Anweisungen im Multifunktionsdisplay folgen. Zur besseren Orientierung steht die übliche Einparkhilfe selbstverständlich zur Verfügung. Am Ende des Einparkvorgangs erlischt das P im Display, es wird ein akustisches Signal ausgegeben und die Meldung Manöver beendet angezeigt. Um aus einem Parkplatz herauszufahren, ist die Funktion zu aktivieren, das entsprechende Manöver zu wählen, der Blinker auf der gewünschten Seite zu betätigen und das Manöver zu bestätigen. Es ist der entsprechende Gang einzulegen, Fahrpedal und Bremse sind zu betätigen und den Anweisungen im Multifunktionsdisplay ist zu folgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017